Die neue Ausgabe von Leben kommt, das katholische Magazin für Lebensfreude. Mehr als 1,1 Millionen Exemplare für alle katholischen Haushalte im Bistum Münster. Unsere Reporter sind rausgegangen dahin, wo das Leben spielt. Zur Bauernfamilie Borgmann und ihren 500 Kühen zum Beispiel. So idyllisch das aussieht, Klima-Preisdruck-Vorurteile machen auch ihnen zu schaffen. Dankbar sind sie dennoch. Wir haben mit spannenden Menschen gesprochen, mit Opas und Enkeln, mit WDR-Moderatorin Yvonne Willix und einer Nonne im Kloster. Über Gott und die Welt, Schönes und Schweres, übers Leben geben. Leben, das katholische Magazin für Lebensfreude. In den nächsten Tagen in Ihrem Briefkasten. Viel Spaß beim Lesen und leben Sie wohl!